Okay Leute, also ich will jetzt hier auf die Domplatte gehen und mal so richtig abhacken. Und ab die Post. Los geht's. Man weiß ja auch nie welche Leute man nehmen muss, ne? Entschuldigung, ähm, kriege ich eine Umarmung für 1 Euro oder 50 Cent oder 30 Cent? Also meine Umarmung ist wirklich teuer. Also echt, wenn du mich umarmen willst? Ach, war's doch scheißegal. Komm, 1 Euro, alles klar. Gut. Ach gut, er kann. 8 Minuten, Jan. So lange? Ja. Wollen Sie mich umarmen für 1, also Sie zahlen mir 1 Euro und dann... Nee. Entschuldigung, kriege ich eine Umarmung? Also... Völlig umsonst. Nee. Für 1 Euro. Ja, Sie können mir aber auch weniger geben, wenn Sie möchten. Okay, alles klar. Okay, Dankeschön. Ich glaub, ich mag dich nicht. Raum auf. Wie viel hast du gegeben? 1 Euro. Das ist okay. Das geht... Oh, dann mach ich. Ich glaub, wir gehen. Hier, willst du mir 1 Euro geben und dann umarmst du mich? Ah! Wie wär's? Nee, ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich hab Nein gehört. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Nein, ich darf nicht. Es tut mir leid. Pass auf. Mensch. Ja, vielleicht hab ich ja schon verloren, ne? Kann ja sein. So, 5 Minuten. Genau 5 Minuten. Ja. Ja. Ach nee, die hatten wir grad schon. Wollen Sie mir 1 Euro zahlen und dann umarmen Sie mich? Weil ich hab ne Wette mit dem da am Laufen. Das stimmt gar nicht. Ich kenn den nicht. Ich kenn den nicht. Ich kenn den nicht. Ich kenn den nicht. Bitteschön. Dankeschön. So, eine Umarmung. Steht einfach für 1 Euro. Danke. Würden Sie mir 1 Euro oder weniger bezahlen, damit Sie mich umarmen? Weil ich hab ne Wette mit ihm am Laufen. Nein, das kenn ich. Danke. Ja. Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten. Entschuldigung, ähm, würden Sie mir 1 Euro oder weniger bezahlen, wenn ich weniger Geld einnehme als er, muss ich mit dem rosa Hasenkostüm hier auf der Dornplatte rappen. Ja, dann probierst du das mal. Wir gucken mal hinzu. Echt? Das war nett. Entschuldigung, würden Sie mir 1 Euro oder weniger bezahlen, damit Sie mich umarmen? Weil ich hab ne Wette mit diesem Typen da hinten am Laufen Ja. 50 Sekunden hast du noch. Sehr interessant. Entschuldigung. Würden Sie mir 1 Euro oder weniger geben? Die letzten 10 Sekunden. Das ist die letzte Person. Okay. Danke. Danke. 3, 2, 1, 0. Ja! Ja! Jan, zeig mal dein Geld. I'm a friend. Scheiße. 4 Euro. Halt mal die Hand auf. 2, 4, 4,50. 4,56. 4,58. 4,60. Ich habe 4,62 Euro. Ja! 56 Cent mehr! Ja, Jan, es tut mir herzlich leid. Einmal drücken. Einmal einen free Hack. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro bitte. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro.